Dieser Artikel von Lifehide wurde mit 9 von insgesamt 10 Punkten bewertet. Es ist das offensichtlichste in dieser Auswahl. Für diese Eigenschaften wird es sehr geschätzt. Wärmeleistung, Wetterfest, Robustheit, Qualität, Haltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Die Gesamtnote für diesen Lifehide-Artikel lautet 8 von 10 Punkten. Es ist das billigste in dieser Auswahl. Seine Funktionalitäten sind Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Haltbarkeit, Wetterfest. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Lifehide hat ein Produkt hergestellt, das wir mit 8 von insgesamt 10 Punkten bewertet haben. Es stellt sich heraus, dass es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Dies sind seine Stärken, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Haltbarkeit, Wetterfest. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Die Gesamtbewertung für diesen Lifehide-Artikel ist 9.4 von 10 Punkten. Dies ist unsere beste Wahl. Die Stärken sind Wetterfest, Stabilität, Robustheit, Komfort, Qualität, Haltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen oder mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Endnote für diesen Lifehide-Artikel ist 9 von 10 Punkten. Es ist das Produkt, das am häufigsten verschenkt wird. Seine Stärken sind Stabilität, Komfort, Robustheit, Qualität, Haltbarkeit, Steuerbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken.